herzlich willkommen diese starts immer in der folge die werden besser gut ich habe euch versprochen jetzt gibt es krieg wir müssen den leuten helfen es geht ja schnell los so was ist damit abscheuliche kreatur wir kommen zu euch sobald wir die anderen bewohner gerettet haben das war Das war's. Sie fliehen! Das glaube ich nicht. Sie sammeln nur ihre Truppen. Das sollten wir auch tun. Kommt! Wir danken euch. Ihr habt uns gerettet. Noch nicht. Die Orks sammeln sich. Ihr müsst euch uns anschließen. Aber wir können doch nicht... Ihr könnt. Da kommen sie! Alles Oma, ey. Ich glaube, ich muss... Ich glaube, ich muss das mal nehmen. So, ich sag mal, wie das geht. Ja, guck. Ja, ich weiß doch nicht, was das ist. Ich hab irgendwie was genommen. Aber klar. Ja, in Ordnung. Sehr gerne. Oh, das ist echt für dich. Ich hab die Menschen getroffen. So gut wie erledigt. So, immer mal ein paar dynamische Zwergenwechsel hier. Auf die Weg. Für drei. Einer weniger. Haha, wie ich ihn nur zurückbringe. Zu einfach nicht. Was denn? Nun fast da. Aber klar. Ich hab gar nicht so fest zugeschleiert. So, das machen wir. Easy. Ja. Haha. Viel Spaß, Leute. Jetzt seid ihr alle voll am Vertrafen. Nun fast da. Hutscher. Aber klar. Easy. Nun fast da. Boind-Deal im Wage-Mode. Ja. Hutscher. Er hat sich an Tom gewehrt. Ja, da hat er ja auch nicht. Er könnte einfach nichts machen, ey. Lois. Haha. Aber klar. Ja, bei kackten Bogenschützen. Ich krieg euch noch. Aber klar. Er hat sich ja kaum gewehrt. Auf den Weg. Sofort. Oh, ich hätte vielleicht das nicht tun sollen. Sofort. Schluss damit. Auf den Weg. Oh, oh. Haben wir gewonnen? Ja, komisch. Wir haben gewonnen. Boindy, letztes Mal wieder. Alle lecker hier. Er hat sich gefragt. Häfen Boindal und du bereits bei der Suche nach Überlebenden. Verschiedene Dörfler, alle mit bleichen Gesichtern, in denen der Schock steht, kommen zu euch, um euch für die Rettung zu danken. Ein Mann mittleren Alters tritt nervös von einem Fuß auf den anderen und versucht sich ein Lächeln abzuringen. Mein Vater, der Dorfälteste, er ist tot. Ich denke, ich muss wohl in seine Fußstapfen treten, also danke ich euch im Namen Kalkbachs. Er hat Gold zurückgelegt als Mitgift für meine Schwester. Sie ist auch. Sie ist. Der Mann senkt den Kopf, holt einen Lederbeutel hervor und knetet ihn mit zitternden Händen. Wärt ihr doch nur früher gekommen. Noch bevor etwas erwidern soll, atmet der Mann tief ein und zwingt sich, euch anzusehen. Was sage ich? Wie undankbar. Dank euch sind viele von uns noch am Leben. Meine Tochter. Meine Tochter wird vielleicht eines Tages heiraten können, dank eures Mutes. Der Mann zögert kurz, dann streckt er euch den Lederbeutel entgegen. Siehst du? Nimm die Belohnung an. Danke. Mit einer kleinen Verbeugung nimmst du die Belohnung an. Ich danke euch. Wir werden unsere Toten begraben und wir werden das Dorf neu aufbauen. Das Leben geht weiter. Danke euch, edlen Herren. Jo. Er ist Level 5, ne? Mit denen habe ich die meisten weggekloppt. Ja, sind wir noch Level 4. So, Dunkel ist auch wieder. Eins aufgestiegen. Was haben wir bekommen? Gold ist klar. Proviant, ein Heiltrank. Geiles Ding, du. So, hier steht sogar. Äh, siehst du ja, wir können auch ein paar Dörfer retten, ja? Das ist alles kein Problem für den Nader. Ah ja, wir können den doch jetzt skillen irgendwie, oder? Oder, oder? Möchte ich da irgendwie... Möchte ich da was machen? Der ist da Level 3, jetzt kann ich da nicht irgendwas machen? Was ist passiv? Ah, cool. Was ist das eigentlich? Ach so. Was ist das? Oh, Ingrimsch. Passiv. Wohin-Deals. Ingrimsch kann bei Schaden erwachen. Ist das ein Substantiv? Also jetzt, äh, äh, nicht einfach nur ein Name, sondern... Ach so, ich glaube, das soll... Also ich hab das ein Buch immer wie so ein... Spitznamen halt angesehen, aber ich glaub, das ist so eine Art zweites Ich, ja? Denn, ähm, hier steht's ja, macht in kurzer Zeit viel Schaden, kann dafür aber nicht mehr gesteuert werden. Ja, das ist nämlich so, dass Buendil in Grimsch in einem Blutrausch fallen kann und dann übelst steil geht, ja? Das fand ich mal am besten. Boah, allein dieses Auge, genial. Was hat er? Steinhardt, Böendal, Böendal verliert nie mehr als 5% seiner maximalen Lebensenergie auf einmal. Das ist geil. Überser Tank, Junge. So, skillen kann ich den anscheinend jetzt nicht gerade, aber das ist... Egal. Gut, äh, wir laufen mal weiter. Am Abend am Lagerfeuer kramt Boendil in seinem Rucksack herum und holt einen in ein Tuch eingewickelten Käse hervor. Der Käse, Leute. Er steckt ein forstgroßes Stück davon auf einen Spieß und grillt es über dem Feuer. Es geht doch nichts über gegrillten Käse am Ende eines langen Tages. Das riecht gar nicht sauber mit diesem Käse. Der aufsteigende Bruch schneidet hier die Luft ab. So haben meine Füße nach einem Dutzend Umläufen in meinen Stiefeln gestunken. Oh, ein Kostverächter. Kein Wunder, wenn man bei den Menschen aufwächst. Das verdirbt den Geschmack. Boendil hält dir das Stöckchen mit dem stinkenden Käse unter die Nase. Iss und ohne zu jammern. Du ziehst das warme Stück Käse vom Spieß. Es schmeckt grauenvoll. Deine Finger werden die nächsten Tage danach riechen und dein Mund vermutlich auch. Also, dieser Käse, ne? Der kommt natürlich auch ein Buch vor. Und das ist so eine geile Stelle. Wirklich ständig beschwert sich der Tung-Deal über diesen gegrillten Käse. Und die essen den einfach jeden Tag. So richtig schöne Rohkäse in Rachen geworfen. Das ist richtig geil einfach nur. Was ist das jetzt für ein Dorf? Keine Verletzungen. Okay, gut. Wir gehen straight on Richtung Grünhain. Als ihr eine Rast einlegt, beobachtet ihr einen Karren, der unweit von euch die Straße entlang rollt. Auf dem Kutschbock sitzt ein junges, verliebtes Paar, das mehr mit sich als mit dem Rest der Welt beschäftigt ist. Der Anblick erinnert dich an eine alte, ungewisse Frage. Also, ich habe mich gefragt, wie sehen Zwerginnen aus? Hübsch? Sehr hübsch. Ah, du hast dir mehr Informationen erhofft. Haben sie einen Bart? Nein, ich würde ihr sagen, einen Pflaumen. Sehr anziehend. Und was tun sie? Ich meine, sind sie auch Kriegerin? In unserem Stamm kümmern sich die meisten mehr um das häusliche Leben. Sie treiben die Tiere auf die Weiden der Täler, sorgen für gefüllte Vorratskammern und gutes Bier und machen unsere Kleidung. Es kommt nichts Gutes dabei heraus, wenn Mann und Frau nebeneinander stehen und kämpfen. Einige von ihnen sind talentierte Steinbetze und Schmiede. Hüte dich nur davor, ihre Künste zu beleidigen. Sie stehen uns in ihrem Stolz in nichts nach. Also, ganz ehrlich, das ist auch wieder so ein, genau so ein Insider wie das mit dem Grillkäse. Ja, da freut man sich, wenn man das Buch gelesen hat und man findet immer diese kleinen, ja, diese kleinen, ja, so Insider-Gags am Rande. Ich habe übrigens auch das, ähm, Brettspiel dazu, gibt's auch. Macht wirklich Spaß, Leute. Falls ihr mal außerhalb des Computers die Zwerge zocken wollt. Oh, das ist ein Händler. Ja, klar, wo geht er denn hin, der Spast? So, siehst du, Outlayer? Ah, so sieht man sich wieder, Werther Zwerg. Tung deal, nicht wahr? Interesse an unseren Waren? Ich will mal gucken, was der hat. Ja, ja, geht eiskalt in die andere Richtung. Äh, so, zeigt mir, was ihr im Angebot habt. Was haben die denn so? Brauch' ich nicht. Brauch' ich nicht. Brauch' ich nicht. Brauch' ich nicht. Kann ich was verkaufen? Wir haben so, äh, was? Okay, die haben nichts. Ihr verabschiedet euch von. So, wie sieht's aber, äh, irgendwas so aus? Was, wir haben nur 25 Provianten noch? Wir hatten nochmal übelst viel. Nein! Oh, doch, ich, ich dachte, ich geh' wieder zurück. Das wär' dumm gewesen, wirklich. So, wie geht's mal hier lang? Wie sieht's eigentlich nicht so aus? 16, gut, äh, ich würd' mal sagen, das ist Purista, das ist eine große Menschenstadt. Je näher ihr Purista kommt, desto belebter werden die Straßen. Viele der großen Gebäude in der Stadt überragen selbst die hohe, sandfarbene Stadtmauer. Aber ein Gebäude überragt sie alle. Der Palast. Seine Kuppel strahlt weiß in der Sonne. Er ist der Sitz des Rates der Magie und mit seinem zentralen Turm, der weit in den Himmel ragt, dient er Reisenden schon aus 50 Meilen Entfernung als Wegpunkt. Ihr kommt bis zum Palast des Rats, doch vor dessen Toren werdet ihr von einer Wache angehalten. Der Rat der Magie hat sich versammelt, um sich um das Tote Land zu kümmern. Er darf nicht gestört werden. Das Tote Land? Ihr meint die Barriere? Gibt es Probleme damit? Die Wache zuckt mit den Schultern. Wird nichts sein, was der Rat nicht lösen kann. Äh, kann ich da nicht... Nette nicht, weiter geht's. Sonnenhag, okay. Einfach mal hin. Das Dörfchen Sonnenhag macht seinem Namen alle Ehre. Ihr kommt an, als die Sonne hinter dem Turm eines Palandiel-Tempels untergeht und die farbigen Fenster erstrahlen lässt. Es gibt einen Laden im Dorf und durch die Fenster erspähst du neben Gebrauchsgegenständen und Lebensmitteln auch ein gefülltes Bücherregal. Oh, cool. Betritt den Laden... Als ihr den Laden betretet, klingelt eine kleine Glocke. Die Zwillinge schauen sich etwas um, wirken aber eher desinteressiert, bis sie ein paar ausgestellte Edelsteine entdecken. An der Wand zu deiner Linken ist das Bücherregal, das du schon durchs Fenster gesehen hast. Es ist ungewöhnlich für einen Dorfladen, Bücher zu führen. Haben die auch probiert? Dort sagen wir, die haben probiert. Äh, wie viel... Ich kaufe mal 400 Gold ein. Wir brauchen immer ein bisschen probieren. Na, Leute, zack. Ähm... Warum, äh, stackt das nicht? Äh, über Stetigung weiter. Du stellst zum Bücherregal und liest einige der Titel auf den Buchrücken. Du kennst viele der Werke aus Loth-Ionans Bibliothek. Oh, bei Vrakas Schaubruderherz. Der Gelehrte ist tatsächlich bei den Büchern. Es ist eine interessante Auswahl, Boendil. Ich könnte dir ein paar gute Empfehlungen geben. Boendil schlingt seinen Arm um deine Schulter und zieht dich langsam vom Bücherregal weg. Wenn dich einer so sieht... Hier, das ist doch eher was für uns. Wieder willig folgst du ihm und lässt dir die Auswahl an Edelsteinen zeigen. Aber ich muss sagen, das spielt sich wie ein Buch. Das ist wirklich cool gemacht, muss ich sagen. Äh, mal eine andere Erfahrung. Ich muss sagen, ich habe was mit was anderem gerechnet, aber ich bin nicht unzufrieden. Und wenn man es erstmal kapiert hat, so... Oh, kapieren! Ja, fällt mir gerade nämlich ein. Ich muss speichern. So, da wollen die hier schlinder sein. Achso, ja. Zeigt mir, was ich im Angebot habe. Achso, ne, haben wir doch gerade. So, speichern. Das ist gut. Das ist nämlich wichtig, sonst wisst ihr, was passiert ist beim letzten Mal. Da musste ich wieder vorspielen bis dahin. So, wir sind ein kleiner... Boe Lee läuft schweigend neben dir. Ab und zu wirft er dir einen Blick von der Seite zu. Und du magst wirklich Bücher? Ich bin neugierig. Und in Büchern kann man viele Antworten finden. Müsstest du nicht irgendwann alle Antworten gefunden haben? Das Gegenteil ist der Fall. Je mehr Bücher man liest, desto mehr Fragen hat man. Hab ich's doch gewusst. Alles Zeitverschwendung. Äh, ganz ehrlich, er ist wie mein Bruder. Der Mr. Walei, genau so. Und ich bin mehr so der Dungdie. Äh, ich hab... Ich würd mich echt fragen. Hab ja gelesen, dass die mit dem, dem, hier... Dem, wie heißt der, Markus Heitz, äh... Eng zusammengearbeitet haben. Ich würde echt gern wissen, was er bei dieser Stelle gesagt hat. Äh, ich hab ja sogar gehört, dass meine Serie dazu rauskommen soll. Aber da hab ich lange nichts mehr drüber gehört. Das hab ich vor Ewigkeiten mal gelesen. Gut, äh, wir haben noch Zeit. Ab nach Grünhain. Ihr nähert euch dem Dorf und erkennt schon von Weitem, dass etwas nicht in Ordnung ist. Der Geruch von verbranntem Holz und Tod liegt in der Luft. Los geht's, Leute. Bei Frack hast du... Die Plattnassen haben es den Spitzuhren ganz ordentlich gezeigt. Wir hätten es nicht besser machen können. Gebt auf die Umgebung acht. Ich will herausfinden, was mit Goren geschehen ist. So, da haben wir schon das erste Indiz. Das schneeweiße, anmutige Antlitz der Elbin strahlt noch immer Schönheit aus. Doch steht es in argem Kontrast zu ihrem restlichen Erscheinen. Vom Hals abwärts ist sie nur mehr ein blutrotes, feucht glitzerndes Skelett. Lange Nägel stecken in ihren dünnen Knochen. Und dort, wo ihre wunderschönen Augen waren, gähnen nun schwarze Löcher. Ja, ungefähr so habe ich mir das auch vorgestellt im Buch. So, Sherlock, dann geht's mal weiter hier. Hufspuren. In den Boden eingebrannt. Albe? Das Feuer in Boendils Augen lodert vor Begeisterung auf. Hossa! Das wäre doch mal was anderes als diese tumpen Schweineschnauzen. Hast du gehört, Bruder? Vielleicht bekommen wir hier Tions Spitzohren vor die Klinge. So, betrachte die Elfenhäuser. Was ist da? Betrachte die Toten. Erstmal die Elfenhäuser. Du hast von den Elfen und ihren Bauten gelesen. Dies hier war immer nur ein kleines Beispiel ihrer Baukunst, die in Alandur ihre Vollendung gefunden hat. Nun, brennend und zerstört, macht der Pavillon einen noch traurigeren Eindruck. So, gut, dann gehen wir mal zu den Toten und betrachten die. Grünhain war einer der wenigen Orte im geborgenen Land, in dem Menschen und Elben zusammengelebt haben. Du siehst keine elbischen Züge zwischen all den Schmerz- und Angstverzerrten Gesichtern. Du wendest den Blick ab. Ja, er erinnert mich irgendwie an einer anderen Stelle noch vom Buch. Komm, ich werde irgendwas machen? Ähm. Ich sehe nichts. Oh, natürlich, hier geht erst mal Hülle. So, was hat man hier? Oh. Die Leiche des Mannes ist mit Pfeilen gespickt und liegt auf einem kleinen Flecken unversehrter Erde, während kreisförmig um sie herum ein Flammenmeer gewütet haben muss. Ihre Robe erinnert dich an die von Loth Ionans Famuli. In Verbindung mit der Tatsache, dass der Mann wohl Magie benutzt hat, bist du dir ziemlich sicher, dass es sich um Goren handelt. Goren hatte diese Bücher bei sich, als er angegriffen wurde. Wollte er sie in Sicherheit bringen? Deine Augen entdecken einen versiegelten Brief neben den Büchern. Die Umstände erscheinen dir ausreichend, um das Siegel zu brechen. Seid gegrüßt, Turgur. Es freut mich zu hören, dass ihr endlich Loth Ionan ins Vertrauen ziehen wollt. Ich habe etwas Neues über den Dämon herausgefunden. Es steht alles in diesen Büchern, die ich euch schnellstmöglich zukommen lasse. Ich glaube, sie sind der Schlüssel zu seiner Vernichtung. Oder, ich hoffe es zumindest, hochachtungsvoll Goren. Von was für einem Dämon sprechen sie? Unwillkürlich musst du daran denken, dass sich nur wenige Tagesmärsche nördlich von hier die magische Barriere befindet. Und dahinter, Wrackers allein weiß, was für Kreaturen im Totenland leben. War mir doch so, als hätte ich stinkende Unterirdische gerochen. Hossa, das wird ein Spaß. Wir bekommen unseren Kampf. Ich hoffe, euer Blut klumpt nicht zu sehr. Für die feinen Pinselstriche muss es flüssig sein. Ha! Wie willst du uns besiegen, Spitzohr? Wir sind zu dritt. Ah! Nur zu dritt? Das macht es leichter. Ihr Blick wandert über die Leichen. Orthar in Luez-Wanre. Was geschieht hier? Das ist das tote Land. Unmöglich. Grünheim liegt südlich der Barriere. Ich kenne nichts anderes, das die Toten erwecken kann. Schlagt ihre Köpfe ab, sonst kommen sie immer wieder. Oh, naja, erstmal in aller Ruhe. Schön, oh, was haben wir denn hier? Bücher, äh, bringt was Bücher, in denen angeblich steht, wie man einen Dämon töten kann. Cool, da kann ich nichts mitmachen. Ähm, merkschot Fakte, bla bla bla, naja, toll, äh, viel kann man nicht mehr machen. Ausgrüßet, oh, sind wir alle. Ich würde mal sagen, Kampf starten, ne? Easy going, los. Heilige Scheißer. Uff, das ist ja noch. Ich seh nix. Oh, jetzt seh ich was. Äh, hä, was, äh, Kamera, äh, geh steil. Kamera, was ist los? Was mach ich denn da hinten? Ich hab's gesehen, dass ein Spiel ist. Ich hab's doch verpackt. Zu einfach. Haha. Sofort. Eine weniger. Auf die Weg. Loll, hör doch mal auf, hier langsichtreicher. Ich hab's auch hier im Zisch, ey. Zu einfach. Auf die Weg. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Einfach statt. Auf die Weg. Sofort. Was ist? Ja. Sehr gerne. Ich glaub, wir sollten erst mal wieder. Immer mit der Ruhe. Ich brauche dich zu frei und verarbeite dich zu Lasagne. Immer mit der Ruhe. Oh, ist unten jetzt recht gut, ey. Ich seh aber auch absolut nicht. Boah, Junge, der hat ja auch noch Teleports, ey. Das ist auch schlimm. Ich glaub, wir sind ja fast gut. Oh, das ist Pest für dich. Sag verdammt dazu. Hä? Ich brauche mich nicht mehr. Sag, sag verdammt dazu. Ah! Hörst du! Aber klar. Der sollte dem Ruhe muss schon helfen. Oh nein, einer stoppt werde. Und was ist das? Haha. Hör ja. Ja klar, was macht der denn? Aber klar. Ja, ich muss erst mal hier, äh, Lasagne, ne? Ja, das gibt's doch nett. Vom Herzen, scheiß Vieh. Hier, siehste, ich hab, äh. Du, scheiße, hässliches Vieh? Das ist so mal schifft die Elbe, äh, die Albe. Äh, hast du nicht irgendwie, äh... Schnell bin ich schnell. Ich bin schnell. Ich bin schnell. Undal, könntest du mal? Zu einfach. Du hast solche Kreaturen. Wo heißt das Vieh? Ich glaube, ich bin schnell. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Schon fast da. Ich hab da, Alter. Ist zugeschlagen. Nullfalten sind soτε starke, hm, ja. Wo ist der nächste? Ja, ja. Uhhh, irgendwie macht das sich mal alles alleine... ...mit wollen die ihr oder? so ich gehe jetzt was für diesen nachbar ich kann nicht mehr funktionieren ich habe die albe was machen das war gerade ein bisschen was ist denn das für eine kamera die barriere ist gefallen du spürst wie sich dein magen verkrampft anders als boindill bringst du kein wort heraus die verfluchten magi hatten nur eine aufgabe so ist es also wieder auf zu erstehen ich fühle nichts mir bleibt nichts meine liebe meine schönheit mein zuhause und mein wald auch ohne in ihre augen blicken zu können erkennst du die traurigkeit in der mine der elbin die erhabenheit die sie einmal ausgestrahlt haben muss lässt sich in ihrer jetzigen verfassung nur noch erahnen als ich stelle war richtig traurig im buch wirklich leute da kann ich mich noch dran erinnern wie konnten die albe grünhain war hier und ich habe gehört ihr elben verfügt über besondere fähigkeiten im kampf haben euch die albe im schlaf überrascht ich spürte ihre gegenwart doch als ich die albin stellte hatte sich schon die ersten von uns getötet und das tote land ließ sie wieder auferstehen es flutet menschen und zwerge mit hass auf das leben es macht euch zu bestien wie furien stürmten sie durch das dorf und jeder den sie töteten wurde einer der ihren wenn sich das tote land weiter nach süden ausdehnt braucht not on keine orks ogre oder albe ein mensch der auf dem toten land das leben verliert wurde ausreichen um den wahnsinn wie eine seuche über das land fegen zu lassen so leute da bleibt uns gerade nichts anderes übrig als die nummer eins dir dreht sich fast der magen um doch du weißt dass es richtig ist so ernst hast du die zwillinge noch nie gesehen sie würden sich eine armee von orks entgegen stemmen aber hier geht es um etwas jenseits ihrer macht oder deiner wir brauchen die magie sie müssen die barriere wieder errichten wir müssen zu loti und dann bevor sich das tote land weiter ausbreitet er wird wissen was zu tun ist keiner deiner beiden begleiter erhebt einspruch ich kann kaum fassen dass die barriere ich kann es geschehen wer weiß schon was bei diesem hokus pokus alles schief gehen kann sie hat das tote land seit dem fall der fünften zurückgehalten es ist die oberste pflicht der großen magie die barriere zu stärken wann immer sie an kraft verliert ich kann mir nicht denken wie not on oder sonst jemand sie überwunden haben will du denkst an den dämon der in gorenns brief erwähnt wird du fragst dich ob es möglich sein könnte dass ein dämon aus dem jenseitigen land über mächte verfügt mit denen die sechs magie nicht gerechnet haben leute ich erinnere mich immer noch an die stelle im buch die war so heftig geschrieben einfach nur das war das wort traurig leute aber dass das ist das geniale an die zwerge ja also wirklich lest die bücher einfach nur kann ich euch nur empfehlen das spiel das war auch ganz nett aber bücher ja das ist schon noch besser kann ich das jetzt achso ja nee das haben wir ja gemacht schwinger so entweder sprungangriff den finde ich eigentlich nützlich aber nicht sehr effektiv den finde ich jetzt allerdings auch nicht so besonders finde ich naja das ist so du kannst mit beiden richtig gut abhauen und gleichzeitig richtig gut irgendwo hinstürmen muss die frage was ist effektiver damit kannst du schließlich auch irgendwo hin hinunter springen oder hoch springen wie es ja mit boindiel beim der letzten schlacht gemacht habe wo die folge ist wieder faszinierende aber ich glaube ich nehme mal das anstürmen oder naja ok nehme ich anstürmen den sprungangriff hat ja boindiel schon gut äh weiter du fandest eine perle durchaus wertvoll und übelstes gold natürlich hauptsache plundern ok leute so leute ich würde mal sagen wir machen jetzt hier schluss wir sehen uns dann in der nächsten folge und naja man merkt jetzt geht es richtig los bis dahin auf wiedersehen und golfe und Untertitelung. BR 2018